Gebrauchsspuren wie Staub, Kratzer und Fingerabdrücke auf dem empfindlichen Display Ihres Handys sind lästig und unnötig. Die universell einsetzbare Schutzfolie von Somicon schützt die Anzeige Ihres Mobiltelefons und verhindert störende Lichtreflektionen. Sie können die antistatische Folie beliebig zuschneiden. Deshalb eignet sich der glasklare Schutz auch für PDAs, MP3-Player, Navigationsgeräte oder Digitalkameras mit einer Displaygröße bis 8x6 cm. Untertitelung des ZDF, 2020